Herr Präsident, werte Kollegen, vorab, ich bin begeistert, Herr Amthor, dass Sie offensichtlich eine ganz andere Auffassung haben, was das Staatsvolk ist als Ihre Kanzlerin. Ich bin begeistert. Die Linke legt einen Gesetzentwurf vor zur Stärkung der direkten Demokratie im Grundgesetz. Sie verweist zu Recht darauf, dass Volksentscheide ein probates Mittel sind, das Volk als Souverän dieses Landes an der demokratischen Entscheidungsfindung stärker teilnehmen zu lassen, als dies durch Wahlen alleine möglich ist. Auch der AfD ist die direkte Demokratie ein Grundanliegen. Gerade deswegen haben wir im April eine Enquete-Kommission vorgeschlagen, um die Grundlagen der Volksentscheide-Fraktionen übergreifend zu erarbeiten. Hiermit wird es aber auch die Gemeinsamkeit schon beendet. Denn wer den Antrag der Linken in Gänze liest, merkt schnell, dass es den Linken nicht um die Stärkung der direkten Demokratie geht, sondern das Gegenteil der Fall ist. Die Linke will mit ihrem Antrag nichts anderes als dem deutschen Volk das Recht auf die eigene Souveränität, die eigene Nation und somit die eigene Identität zu nehmen. Es ist ja nicht Neues, dass das linke Spektrum schon seit langem ein Auge auf das Potenzial der Nichtdeutschen als Wähler geworfen hat, um ihre schwindenden Wählereien aufzufüllen und ihre antideutsche Politik durchzusetzen. Die Vorstöße zielten bislang auf das Wahlrecht auf kommunaler Ebene und eben auf Volksabstimmungen. So ist es nicht verwunderlich, wenn die Linke in ihrem Gesetzentwurf den Kreis der Wahlberechtigten für Volksentscheide auf alle Menschen ausdehnen möchte, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der deutschen Staatsbürgerschaft seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben. Aber nicht nur das mit dem Vorstoß der Linken zur Änderung des Art. 38 Abs. 2 Grundgesetz soll dies auch für die Wahlen zum Deutschen Bundestag gelten. Meine Damen und Herren, das Grundgesetz legt eindeutig fest, wer in Deutschland wahlberechtigt ist und wer nicht. In Art. 22 heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Und Art. 116 Grundgesetz bestimmt, dass Deutscher ist, wer die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Diese Rechtslage wird durch die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, was sie stören mag, und aller ernstzunehmender Staatsrechtler gestützt. Seit geraumer Zeit gibt es jedoch linke Kräfte, die über Art. 116 Grundgesetz, der nicht wie Art. 20 Grundgesetz der Ewigkeitsgarantie unterliegt, eine Hintertür sehen, den Volksbegriff in Art. 20 Grundgesetz zu ändern, da die Schöpfer des Grundgesetzes dort dem Begriff Volk nicht das Adjektiv Deutsch hinzugefügt haben. Partin dieser unsäglichen Bewegung ist die noch Bundeskanzlerin Merkel, die mit dem Satz Volk ist jeder, der in diesem Land lebt, ihre Politik, wie übrigens auch bei der Grenzöffnung, nicht mehr auf Recht und Gesetz gründet, sondern auf eine moralisierende Ebene verschiebt. Man könnte glauben, Olbecks dystopischer Roman Unterwerbung ist die Regieanweisung für diese Politik. Die Einbrückung in unser Land ist mittlerweile ziemlich leicht möglich. Hierzu sind nicht einmal mehr größere Sprachkenntnisse vonnöten. Somit kann im Prinzip jeder, auch aus Nicht-EU-Ländern, deutscher Staatsbürger werden, und das ist auch gut so. Wer das nicht möchte, der kann dann aber auch konsequenterweise die Volksvertretung nicht mitbestimmen. Denn wer nicht deutscher Staatsbürger werden möchte, der möchte auch sicher nicht deutsche Werte und deutsche Interessen vertreten und sich ganz sicher auch nicht in unsere kulturell-abendländische Gesellschaft integrieren. Wer unsere Werte und Traditionen respektiert und verinnerlicht hat, der soll auch das Recht haben, an der politischen Willensbildung teilzuhaben. Dafür reicht es nicht aus, fünf Jahre in diesem Land abzusitzen und zu warten und schon gar nicht illegal einzureisen, abzutauchen und oder zu klagen, um dann diese Rechte in Anspruch nehmen zu können. Nach dem Migrationsbericht von 2015 vor der Grenzöffnung gehörten 3,2 Millionen, der damals insgesamt 4,7 Millionen Muslime nicht zum Wahlvolk. Insgesamt stammten 8 Millionen Bürger aus Nicht-EU-Ländern, immerhin 12 Prozent des Erwachsenen-Wahlvolkes. Diese Zahlen sind durch Grenzöffnung drastisch gestiegen und steigen weiter. Wenn man sich beispielsweise vor Augen führt, dass 2016 nach einer Emnet-Umfrage 47 Prozent der in Deutschland lebenden Türken religiöse Gesetze für wichtiger als die weltlichen Regelungen unseres Landes halten und sich 62 Prozent der ersten Einwanderungsgenerationen als stark religiös bezeichnen, aber schon 72 der zweiten, dann sieht man, wohin die Reise bei dem Wahlrecht für alle geht. Wenn die Altparteien glauben, eine neue Wähler- und Mitgliederschicht rekrutieren zu können, werden sie ein böses Erwachen erleiden. Der Blick in die Niederlande zeigt, dass hier eine Mitgliedstaatenpartei entsteht, die aus dem Stande in den Bundestag einzieht. Ich komme zum Schluss. Sie sind am Schluss jetzt. Sie waren 30 Sekunden über die Zeit. Ich bitte Sie jetzt als Nächstes für die SPD-Fraktion der Kollege Dr. Lars Castellucci.